Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich muss mich erst mal vorstellen. Mein Name ist Margit Strack. Ich bin seit 2010 selbstständig in der Floristik, wie man hier auch im Hintergrund sieht von mir. Und kam vor einigen Jahren auf die Idee, auch Videos zu machen, YouTube-Videos. Und ich gebe damit meine Ideen weiter. Und mein Fokus ist, dass es immer relativ einfach erklärt ist und dass es gut nachzumachen ist, was mir auch ganz viele in den Kommentaren bescheinigen. Ja, dann ist ein weiterer Fokus die Natur. Ich liebe es, mit Naturmaterialien zu arbeiten. Und da gibt es unheimlich viel Interessantes in meinen Videos. Und deswegen abonniere und klicke noch die Glocke, um keines meiner Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.